Topfgucker TV empfiehlt. Wussten Sie schon, wie schön das hier im Burgenlandkreis ist? Bei uns in Bad Kösen im Flair Hotel Villa Ilzke. Mein Name ist Christian Wecker. Unsere Region steht für Weinbauer, für gute Küche und für eine tolle Gegend. Um euch den Urlaub noch schmackhafter zu machen, hier unsere fünf hauseigene Weine direkt von unserem Weinberg. Da Bad Kösen eine Kurstadt ist, können Sie sich bei uns erholen und entspannen und natürlich auch unsere Weine und unsere Speisen genießen. Wir sind die Familie Becker. Ich bin in der dritten Generation und führe weiterhin das Unternehmen, was schon über 30 Jahre besteht. Und einen kulinarischen Gruß bereitet Ihnen nun unser Küchenchef zu. Wir sind keinem. Timm. Und das ist die Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Mal.